und herzlich willkommen bei Let's Play Vault of Tanks Zugfahrt! Ja, mit der SU-85. Ich spiele die SU-85 Fünfer-Tank. Und passt mal auf, ich tue jetzt seinen Kanal erstmal hierher zaubern. So, da habt ihr ihn. Kurze Info wegen der Grafik, ne? Wir haben schon vorhin angesprochen, aber wurde leider eine kleine Fehler dazu gebracht. Deswegen sprechen wir es mal jetzt an. Ja, ähm, Entschuldigung, wenn wir jetzt mal Pixel und so? Wegen Grafiki-Ingame. Ist sehr schlecht. Also schlecht ist sie jetzt in dem Sinne nicht. Ja, auch nicht wirklich. Die geht eigentlich schon, aber halt, ähm, die neue Grafik von W.O.T. ist halt ein bisschen scheiß jetzt. Für uns geworden, weil... Ja, aufnehmen. Wir haben nämlich nicht so leistungsfähig gerechnet, sagen wir mal so, ne? Früher ging's, früher ging's auf jeden Fall sehr gut. Nach meines Achtens. Ging es ja auch. Ja. Wegen neuen Shader, ne? Es ist kompliziert geworden und... Wie ihr seht's, kein Shader, nix null. Ach, vor 1S. Ja. Oh, schön. War wenig. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Abbraller. Oh, gar nicht getroffen. Sag, sag. Ach, doch. Tsch... Entschuldigung. Freunde, wir sind immer so, also... WDR gekettet. 1S von der Seite. Wie geil. Was siehst du denn? Ach so. Nein, gegen Baum gesendelt. Äh, war... 19 HP. Ist das nicht in der Ernst? Ja. Ach, schade. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ey, dieses Spiel. Aber manchmal schon Bock. Ja, also... Entschuldigung, wenn ich jetzt etwas wage, ich hab dieses Spiel im Moment sehr gehabt. Ich hasse dieses Spiel im Moment sehr. Warum auch immer. Ihr sucht uns immer noch weiter, ne? Das ist also... Hamana, 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 Hamana. Lassen wir erst mal rauskommen, okay? Mit dem Panzer will ich unbedingt über 500 Schaden. Mehr möchte ich gar nicht. Ich hab grad noch ein bisschen wegen der Hellcat von den Gästen. Bist du mich so? Nö, ich kann ja ruhig rüberschießen. Ist nur okay, aber du darfst halt nicht so. Auch so? Ja. Okay, die Gbd ist weg. Schön. Auf dem Berg sind welche. Bokka bleibt so schön, bitte. Drüber! Ich probier's, ich probier mal mein Glück. Schon wieder drüber. Daneben gesammelt. Und schon wieder daneben. Also, im Moment. Läuft gut. Läuft gut. Läuft gut. 98 Schaden. Ahhhh. Jetzt hat er auch gecheckt. Hoffen. Du musst irgendwann mal weg sein, ne? Du musst irgendwann mal weg sein, ne? Wurde angestopst. Kann aber grad leider nicht. Kino, geil. Kino, Kino. Bin dabei. Ich bin rein. Hohohoho. Mein, nicht getroffen. Ich bin aus der VK wieder. Jetzt. Die Kette kriegst ihn. Jetzt hab ich ihn doch nicht gekriegt, weil er... Nein, da steht er nicht mehr. Der VK. Seitlich. Ey. Und genau deswegen hate ich dieses Spiel gerade so doll. Weil ich einfach gerade kein Glück hab. Das ist schlimmer als ein Minecraft oder ein Terraria. Oh, ja. Würde, in allen Spielen hab ich Glück und in diesem einfach nicht. Ich versteh's nicht. Könnt ihr mir irgendwelche Tipps vielleicht mal kurz mal schreiben, was ich besser machen soll? Ja, also auf jeden Fall meine... Am Spielen, ich versteh's nämlich nicht. Ja, auf jeden Fall meine Zuschauer, bitte gebt mir mal ein bisschen Tipps wie... Tipps wie... Ich weiß ja nicht, wie ich das erklären soll, aber... Meiner. Schön. Und kaum... Und kaum bin ich mit der hier wieder auf Rambazamba aus, ne? Mhm. Ja, schon reiß ich. Kommst du bitte her. Ja. Ich war hinten wegen den, äh, Dings, ähm, wegen der Stuk 3G. Das ist ein Digger, Max. Nehm' gerade auf. Sie ist doch an der roten Zahl. Wir haben sie! Ich seh' gerade sehr schlecht. Okay, äh... Oh, da muss ich. Ich seh' es nicht. Den Krieg sind rein. Das ist tot. Ich bleib' mal hinten wegen den Hetzer. Ich hab' Glück nach vorne zu kommen, erst mal. Schieß' als halber, ne? Wurde gerade gefragt, ob ich mit CW fahre. Aber nein, gerade sehr schlecht Unpassend Ja Erstmal Let's Plays aufnehmen, ne? LP geht vor Abpraller Nein doch, ich hab ihn ganz trocken Immer Kill Snacker Immer Kill Klauer, ne? Oh, okay, das ist schon schnell War ich doch aus dem Motor gar nicht Wundrecht, Karma Wenn Hey Wie viel hat denn der eigentlich gerade gezogen? 118 Diese kleine Schlawine, diese Hetze Obwohl der Hetze ist eigentlich schon cool, okay Hey Natürlich 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 Da tötet er mich auch noch Nicht schön, nicht schön Nicht schön, gar nicht schön Gerade am Ende noch, ne? Sehr viel Vor allem der, mein eigener Teamkollege Eigene Teamkollege hat sich gerade getötet Nein, ich hätte den Schuss den zweiten Schuss überlebt, hätte er mir die 218 Schaden gemacht Ja Find ich nämlich immer schön, wenn irgend Nimmst wenigstens 724 schaden gemacht